Willkommen auf dem Trumpf-Stand, wo die Welt des Additive Manufactions vorgestellt wird, hier in Frankfurt auf der Formnext 2017. Trumpf ist ein familiengeführtes Unternehmen seit knapp 100 Jahren mit dem Headquarter in Ditzing, weltweit 70 Standorte mit über 12.000 Mitarbeitern. Heute hier auf der Formnext zeigen wir Ihnen die neuesten Produkte in der Truprint-Sähe, Additive Manufactions, aus dem Pulverbettverfahren, aber auch die Pulverdüseverfahren, Lasermetaldeposition zeigen wir Ihnen hier. Truprint 5000 ist unser neuestes Produkt mit vielen Automatisierungsansätzen, Automatisierung für den nächsten Baujob, Rüsten ohne Bediener, smarte Lösungen, bis hin am Ende brauchen Sie den richtigen Service. Nicht einzig eine robuste Maschine wird Sie nach vorne bringen, erfolgreich zu produzieren in der Additive Manufacturing-Welt. Die Welt drumherum, True Services, das ist der Begriff bei Trumpf, wo wir jederzeit für Sie am Standort da sind, in Ihrer Sprache. In unseren 70 Standorten in der Welt sind wir ganz nah beim Kunden, das zeichnet Trumpf aus, all dies können Sie hier erleben.